Momentaufzeichnung initiiert Ich muss trotzdem mitspielen natürlich, das ist klar, das ist klar Und durch Ich bin einfach un-fucking-glaublich schlau, Alter Boah, ist das geil Nein, Spaß War ja jetzt einfach Alles kaputt gemacht Oh, muss ich wieder wohnen Okay So, den nächsten Planeten retten Zeitband näher sich in 3, 2, 1 Zeitbandeinschlag in 3, 2, 1 Welle Nummer 1 geschafft Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Einfach machen Letzte Motto Arschloch Ja, geschafft So muss er nämlich laufen Ja, hier, voll zur Konzentration Zeitnormalität auf Planetorrent 4 Ja, also die Levels sind jetzt nicht so geil mit Clank Aber es ist auf jeden Fall eine Abwechslung zu dem anderen Ähm Also schlechst sind sie gar nicht Aber Ich hoffe jetzt mal Wir müssen es jetzt nicht noch mal ein drittes Mal machen Das heißt, wir jetzt hier noch mal Hier eine Zeit manipulieren Und dann noch mal so ein Planet Das wäre jetzt ein wenig, naja Momentaufzeichnung initiiert Ich bleib einfach mal Wie lange bleib ich jetzt stehen? 30 Sekunden Chris repariert auf Maschinenbaudeck 13 Deck wieder zugänglich Go, 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 go Oh Gott, das war knapp, das war very knapp. Ich bin einfach die Geilste. Hey Moment, ich lasse die Tür. Ja, mach das bitte. Danke, Siebenhund. Weiter geht's. Oh Gott, das sind echt ein Ende. Wie lange werden die Levels denn hier mit Klink? Okidoki. Achso. Momentaufzeichnung initiiert. Sollte man dann schon da sein? Ja, jetzt ungefähr. Ok. Überspielen. Jetzt den hier. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Scheiß, ich hab den gestoppt. Ne, der hält ja. Oh Mann, ich dachte schon, ich hätte ihn geblockiert. Okay. Komm runter. Und. Ich glaube, wir müssen blau überschreiben, genau. Dann können wir nämlich mit dem gelben gleich nach oben gehen. Ja, ja, das ist viel zu leicht, die Räsel, also es ist schon ein Wunder, dass ich das schaffe eigentlich. Nein, schau. Nein, so dumm bin ich auch nicht. Rede nicht so über mich. Mann, ey. Ähm... Wir bleiben einfach noch ein paar Sekunden. Alles klar. Und jetzt müsste ich normalerweise... ...den grün wieder überspülen. Momentaufzeichnung initiiert. Lalalalalalalalalala... Stirb! Na, kommt schon. Wo bleibt ihr? Yes, so läuft sie nicht. Was willst du denn? So, boah, wie viel, wie viel, äh, Orbs wollte ich schon sagen. Wie viel Dinger wir einsammeln hier. Ähm... Ja, schrauben. Schrauben und muttern. Ich sag einfach mal Credits. Ich sag einfach Credits. Okay. Einfach Credits. Ich glaub so heißen die sogar. Einleitung der Selbstreparatursequenz von Fissionsströmer Tango. Tatsächlich, da oben ist es noch so ein Planeten, den wir retten müssen. Ja, gut. Aber ich denke mal, alle guten Dinge sind... Äh, vier. Und... Mach keinen Scheiß! Nooooh. Das war schon wieder viel zu knapp. Da komm ich wieder. Ich hab vorhin ein, äh... Scheiße, mann! Ich hab vorhin einen Kommentar gelesen. Also, was heißt vorhin, bevor ich die Aufnahme gestatte? Da wollte ein Deutscher auf Englisch fragen, bei einem englischen Video, wann ein Spiel rauskommt. Und ich hab jetzt auch erkannt. Tatsächlich, when's comes out, hat er geschrieben. Das ist ja geil. Tum' leid, ey, aber... Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Ich weiß auch gar nicht mehr deinen Namen. Aber das war schon sehr lustig. Das haben mich an meine alte Schulzeit erinnert, wo wir angefangen haben, Englisch zu lernen. Und wo dann einer so schlau tun wollte, als der Lehrer gefragt hat, Was heißt denn Nass auf Englisch, hat er tatsächlich gesagt? Nass! Das ist ungefähr auf der gleichen Stufe. Ach ja, lustig. Wenn man selber mal nicht der Dumme ist, dann kann man schon mal drüber lachen. Sonst bin ich ja immer der Dumme, über den alle lachen. Naja. Wenn's comes out, ey. Das ist schon geil, ey. Naja. So, letzten... Schauen wir doch den letzten jetzt hier erstmal. Okay, verlangsamt die Zeit, ich hoffe es zu sein. Drei, zwei, ein. Hauptband nähert sich in drei, zwei, ein. Ja, drei, zwei. Bam, übelster Strahl hier. Warmer, richtig vergeordnet. Warmer, richtig vergeordnet. Warmer, richtig vergeordnet. Oh, oh. Also langsam... Alter! Es wird langsam sehr knifflig hier. Warmer, richtig vergeordnet. Und nervig wird's auch langsam. Boah, endlich. Ich hab's schon... Ich hab's schon gedacht. Ich hab's schon gedacht. Archive werden geöffnet. Hallo, Siegmund. Ich hab's schon gedacht. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich reise zum Tompli-Außenposten auf Sunny-Fahr und werde es morgen zurückkommen. Mein Kollege hat mich um ein Gespräch gebieten und anstandshalber muss ich hingehen. Bitte nicht, Sir. Pass so lange auf die Uhr auf, äh, kümmere dich um die Zeitreiniger und, äh, Siegmund. Das bleibt aber unser kleines Geheimnis hier. Dann bis bald und, äh, stell dir nichts an. Bitte nicht gehen. Aufzeichnung Ende. Es ist gefährlich. 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 Folge 4 Abonnieren. Vielen Dank.